Und sammeln wir mal weiter, Cobblestone. Was ist denn das hier? Ein Loch, oh mein Gott. Hier ist mal ein bisschen Licht, okay. Wir sammeln, wir sammeln, Cobblestone. Cobblestone. Pflaster, Steine. Pflaster, Steine. Pflaster, Steine. Pflaster, Steine. Pflaster, Steine. Pflaster, Steine. Ja, okay. Ähm, das war jetzt ein kleines Solo. Von meinem neuen Album. Es heißt Sinnloses Gesinge in Minecraft. Ja, was soll ich denn jetzt quatschen, während wir hier in der Capiston fahren? Reden wir mal über die EM. Wie fandet ihr die EM bis jetzt? Also ich fand es ja ganz gut. Das spannendste Spiel fand ich bis jetzt. Spanning gegen Italien. Das war echt ein Killerspiel. Aber habt ihr auch gestern das Spiel gesehen in der Ukraine gegen Schweden? Hätte ich nicht gedacht, dass die Ukraine noch schaffen, das Spiel zu gewinnen. Weil zuerst waren sie am Rückstand 1-0. Da hat Schweden 1-0 geführt. Aber dann hat Ukraine in die Zähne gebissen und dann noch zwei Tore geschossen. Und dann am Schluss noch gewonnen. Was auch leid, das Ergebnis meine Mutter bestätigt hat. Aber egal. So, wie haben wir denn jetzt? Ja, zwei Stacks haben wir. Das reicht uns nicht, das reicht uns nicht. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr Capistons für unser Zuhause. Wir brauchen noch mehr Capistons für unser Zuhause. Du, 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 du! Ah, ich kenne die Musik von der Playlist noch nicht so auswendig, als dass ich da singen könnte. Ich sammle einfach mal Cobblestones und versuche euch zu unterhalten, weil das sonst so langweilig ist. Hm, es wird mir langsam zu langweilig. Ich meine, wir hauen nur mit dieser Spitzhacke gegen die Wand. Und sonst nichts. Schnach, schnach. Ich glaube, ich schlafe mal eine Runde. Ein Ding machen wir noch und dann müsste das auch reichen. Also diese Wand noch eins weiter, dann reicht es auch schon damit. Wir können später noch daraus mal was bauen. Und sammeln wir mal weiter, Cobblestone. Was ist denn das hier? Ein Loch. Oh mein Gott. Hier ist mal ein bisschen Licht. Okay. Wir sammeln, wir sammeln, Cobblestone, Cobblestone, Pflastersteine, Pflastersteine, Pflastersteine. Nein. Nein. Ja, okay. Das war jetzt ein kleines Solo. Von meinem neuen Album. Es heißt sinnloses Gesinge in Minecraft. Ja, was soll ich denn jetzt quatschen, während wir hier in der Kabiston fahren? Reden wir mal über die EM. Wie fandet ihr die EM bis jetzt? Also ich fand es ja ganz gut. Das spannendste Spiel fand ich bis jetzt. Spanning gegen Italien. Das war echt ein Killerspiel. Aber habt ihr auch gestern das Spiel gesehen? Ähm... 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 Ukraine gegen... 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 Gegen Schweden? Hätte ich nicht gedacht, dass die Ukraine noch schaffen, das Spiel zu gewinnen. Weil jetzt erst waren sie am Rückstand. 1-0. Da hat Schweden 1-0 geführt. Aber dann hat Ukraine in die Zähne gebissen und dann noch zwei Tore geschossen und dann am Schluss noch gewonnen. Was auch leid, das Ergebnis meine Mutter bestätigt hat, aber egal. So, wie haben wir denn jetzt? Ja, zwei Stacks haben wir. Das reicht uns nicht, das reicht uns nicht, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr Kapistons für unser Zuhause. Wir brauchen noch mehr Kapistons für unser Zuhause. Denn... Ich kenne die Musik von der Playlist noch nicht so auswendig ist, dass ich da singen könnte. Ich sammel einfach mal bei Kapistons und versuche euch zu unterhalten. Weil das sonst so langweilig ist. Hm. Es wird mir langsam zu langweilig. Ich meine, wir hauen nur mit dieser Spitzhacke gegen die Wand. Und sonst nichts. Ich glaube, ich schlafe mal eine Runde. Ein Ding machen wir noch und dann müsste das auch reichen. Also diese Wand noch eins weiter, dann reicht es auch schon damit. Wir können später noch daraus mal was bauen, wenn wir Lust haben. Irgendwie aus diesem Steinbruch ein Haus oder so. Dann würden wir das, was wir jetzt freilegen, auch gleichzeitig noch nutzen. Okay. Zurück. Jetzt haben wir einen schönen Carriestong gesammelt mit einer Zirkusmusik oder wie auch immer. Und jetzt machen wir da hinten mal dicht. Das sieht ja schrecklich aus mit diesem fetten Loch da. Als hätte hier ein Creeper sein Unwesen getrieben. So. Okay. Wollen wir kurz bei der Spinnfalle nachschauen? Ja, komm, warum nicht? Ich glaube, ich mache die Musik ein bisschen leiser. Okay. Hoffentlich ist er nicht zu leise. Ach ja, hier haben wir das Obsidian gefarmt. Und hier sind wir wieder. Unsere Spinnenfalle. Obwohl keine Spinne da ist. Gut, was gibt es hier? Hallo, Spinne. Wir könnten mal die Truhe hier verschieben. Ah, hier haben wir noch ein paar Steine. Cool. Gut, verschieben wir mal den Ofen, eins nach hinten. Ich sehe, ich sehe. Ich sehe, ich sehe. Keine Ahnung, wie sie sich's anhört. Ich höre, was ich sage. Und ich glaube, das hört sich ganz falsch an. Stalker. Schau mich nicht so an. Wir müssen da echt mal ein normales Glas hier machen. Mit den Scherben ist total blöd geregelt. Was habe ich mir damals damals nur gedacht? Die ganzen Spinnen stampen hier jetzt rauf. Verschwindet. Spätestens... Oh, es wird Nacht. Es wird Nacht. Scheiße. Schnell. Muss. Schnell. Zurück. Laufen. Bevor es Nacht wird. Ich dachte, wir haben ein Bett in unserer Spinnenfalle. Aber allerdings haben wir jetzt doch keinen... Wir haben anscheinend doch keinen Bett. Okay, jetzt muss ich rennen. Jetzt nehme ich die Beine in die Hand. Schnell. Schneller. Schnell. Renn. Um dein Leben sonst stirbst du. Wie krepiert's? Ja, krepierst, ja. Schneller. Ja gut, das schaffen wir locker. Und hier ist sogar unsere Spinnfalle. Unsere Seerosen alle und wie auch immer. So, wir haben ja noch Zeit. Machen wir gleich hier, wenn wir schon da sind. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. So. Und jetzt nehme ich die Beine in die Hand. Dann sind wir gleich zu Hause. Und schmelzen das ganze Zeug. Das ganze Zeug. Das ganze Zeug. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind, wir sind da. Wir sind, wir sind da. So, wir sind da. Was machen wir denn jetzt? Wir haben noch ein bisschen Kabistons bei uns da. Ja. Wo ist es? Unser zweiter Ofen. Sollen wir uns neu entbauen? Ich glaube, ich mache mir das am besten. Das ist ganz schlau. Wenn ich bei einem neuen Ofen baue. So, jetzt haben wir einen neuen Ofen. Den platzieren wir direkt unter dem anderen drunten. Scheiße, wir haben keine Kohle mehr. Wir müssen mal Kohle sammeln gehen. Wir müssen mal wieder in die Höhle. Na, egal. Komm, ich singe jetzt nicht mehr ständig hier. Sonst wird es ein singender Part. Und das mögliche wahrscheinlich nicht so. Deswegen Ratze, Ratze. Und wir haben gerade hier noch ein bisschen Stein. Setzen wir uns gleich da rein. und machen wir uns einen Steinziegel. Na, das kann ich keinen Reim. Okay, jetzt wirst du fertig gebaut. Erster Stock. Dum, 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 dum. So, wir können hier auch Glas hinmachen. Ungefähr so. Hier könnten wir uns auch Glas hinmachen. So, sieht das ganz gut aus. Genau. Wollen wir uns hier Glas machen. Ich meine, hier gibt es ja nichts Besonderes zu sehen. Ich glaube, wir machen es da mal zu. Rein vom Architektischen. Die machen auch eine Wand immer komplett zu. Dum, 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 dum. Dann. Hm, wir mussten hier allerdings weg. Ach nee, wir wollten die Wand hier zumachen, genau. Gott, Kurzzeitgerechnet. So, du kommst weg. Zack, zack, zack. Zack, zack. Mäh. Hm, da fehlt mir alles ein. Wir können hier vielleicht so ein Glas-Ding machen, so dass wir hier auf dem Glas stehen. Quasi so ein altes Balkon aus Glas. Hm, wenn die Überlegung wird. Gucken wir auf die Schafe hier unter uns. Aber machen wir zuerst mal zu. Wir können später noch darüber nachdenken. Oder wir können hier so ein riesiges Fenster hin machen. Ich glaube, das ist ja auch ganz nett. Zack und zack. Passt ganz genau. Okay. Das ist bestimmt unser Kapister und fertig gebraten. Na, Zauberbuch. Schaust uns immer an. Da kann man da echt so wenig Ding heilen. So wenig Steine. Oder haben wir schon das meiste gerade genommen. Egal. So, und während wir jetzt hier braten tun, sammeln wir gleichzeitig ein wenig Holz. Ein wenig Feuerholz, genau wie gesagt. Wir können auch mal langsam zurückgehen in den Dschungelbiom. Was ist das? Hey du Oktopussy. Ich glaube, ich baue mir mal ein Bett bei unserer Spinnfalle, damit wir nicht ständig hier zurücklaufen müssen und uns Panik kriegen oder ich zumindest. Ach komm. Weg damit. Achso, das ist unser zweites Zuhause. Ich sehe sie schon zum Wechseln ähnlich. Gut, ich glaube das Bett bei euch voran es sieht hier ein bisschen sperrig aus, so mitten in den Weg gesetzt. Wir wollen ein bisschen Liebe in unserem Haus haben. Machen wir uns ein paar Bilder. Und schon die ganze Zeit machen. So, Gemälde. Wo machen wir es denn hin? Hier? Ja, sieht ganz gut aus eigentlich, Passt eigentlich. Ja. Ich kann nichts dagegen sagen. Der ist scheiße aus. Okay. Hier könnte man ein Bucherregal machen auch, damit sie hier schon mal eine Verzauberung plus haben. Also bessere Verzauberungen. Dafür brauchen wir Zuckerrohr und das haben wir bereits gesammelt, zufälligerweise. zack, zack, zack. Er gibt Papier. Wir können uns auch eine Map eigentlich machen. Ach, wir können jetzt so viel machen. Ich glaube, ich mache mir zuerst eine Map. Eine Karte. Dafür brauchen wir brauchen wir Eisen und Redstone. Redstone, wo ist denn das Redstone? 1, 2, 3, 4 und 1. So. Und jetzt machen wir uns daraus eine schöne Karte. Aber zuerst machen wir uns einen Kompass. Zack, zack, zack. Nein, nicht so. Zack, nein. So, fail. Let's fail together. so jetzt haben wir eine schöne karte gut wie sieht denn die landschaft aus okay ich habe genug gesehen machen wir uns ein paar bücher nein ich verwechsel immer so gehen die bücher und so gehen die